Viele von euch haben es ja bisher noch nicht geschafft eine Nuclea zu erspielen, es ist ja, ich würde sagen, das Ziel schlechthin in Black Ops 3. Und ich habe hier ein paar Tipps und Tricks, die andere YouTuber vielleicht so nicht preisgeben oder gar nicht dran denken, dass es natürlich auch so casual Player gibt, die vielleicht ein, zweimal die Woche mal für eine Stunde angehen, ein bisschen Spaß haben, ohne jetzt groß zu schwitzen oder viel dafür zu tun. Und gerade auch für euch, es gibt so ein paar Tipps und Tricks bei den Einstellungen, bei den Waffen, bei den Klassen, bei den Spezialisten. Wenn ihr das alles bedenkt und euch ein bisschen konzentriert, ist auch die Nuclea für euch möglich. Deshalb habe ich hier für euch jetzt mal folgenden ersten Tipp. Wir gehen mal in die Einstellungen, die seht ihr hier ganz rechts, bei Optionen. Hier gucken wir mal auf die Steuerung. Sichtumkehrung ist bei mir auf Standard. Wenn ihr das umgestellt auf umgekehrt, ist es einfach so, dass ihr, wenn ihr nach rechts zielt mit dem Aimstick, er nach links zielt. Ich habe noch nie einen gesehen, der das nutzt, also lasst es ruhig auf Standard. Das hier ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Sachen, die ihr bedenken solltet, die Sichtempfindlichkeit. Bei Black Ops geht das bei 1 los, das ist sehr gering und endet bei 14. Verrückt. Leider gibt es in jedem Call of Duty eine andere Reichweite von Empfindlichkeit. Ich habe für mich persönlich bei BO3 rausgefunden, dass die 6 horizontal und die 6 vertikal mit Abstand am einfachsten und besten ist. Hier müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Spielt ruhig gegen Bots. Ich habe es genauso gemacht. Ist also kein blöder Tipp, sondern tut es einfach mal. Spielt ein, zwei Runden, guckt wie ihr euch fühlt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr auf kurze Entfernung und lange Entfernung am besten zielen könnt, dann habt ihr eure Empfindlichkeit gefunden. Und die würde ich auch nicht einfach wieder so des öfteren mal umswitchen oder sonstiges. Versucht es mit 6 und 6. Es gibt immer so ein paar Leute, die sagen, hier, ich spiele auf 14, ich bin der beste Spieler der Welt. Es gibt nicht einen einzigen Profi-Spieler, der auf so einer Empfindlichkeit spielt. Scumpy zum Beispiel, wir sind uns glaube ich einig, einer der besten Spieler, die es gibt, spielt auf 4 und hier ebenfalls auf 4. Formel von Optic Gaming spielt auf 5 und 5. Ich spiele auf 6 und 6, es gefällt mir besser, ich kann mich schnell umdrehen, ich kann gut zielen damit. Probiert da ein bisschen mit aus und nehmt nicht nur was hohes, weil andere sagen, das ist cooler. Das ist wirklich Unsinn. Dann habe ich hier Controller Vibration aus. Ich möchte nicht genervt werden, wenn mich jemand anschießt, wenn eine Granate mich trifft, wenn ich irgendwo hinfalle, dass mein Controller wackelt. Weil wenn mein Controller wackelt, tut es auch meine Hand und dementsprechend ziele ich nicht mehr so, wie ich das möchte. Zielhilfe aktiviert Anvisierhilfe, solltet ihr anlassen, ihr könnt natürlich ohne spielen, dadurch wird es aber schwieriger. Und was es eigentlich tut ist, wenn ihr auf einen Gegner zielt, hilft euch sozusagen der Aim Assistant ein bisschen dabei, dass ihr auf dem Gegner drauf bleibt. Ist also eine kleine Hilfe vom Spiel, sollte man so nehmen. Dann gucken wir mal bei Controller Belegung. Controller Belegung bei mir ist Standard und das hier ist umgekehrt. Denn wenn ihr das hier macht, habt ihr Waffe abfeuern auf R2 und zielen auf L2. Wenn ihr mal so auf euren Controller gerade guckt, falls ihr einen in der Hand habt oder irgendwo einer liegt, das ist viel, viel schwieriger für die Zeigefinger nach hinten durchzugehen und die sind länger als R1. Das heißt, es dauert auch länger, bis der Controller den Befehl annimmt, dass ihr schießen wollt. Deswegen macht es auf umgekehrt. Es ist definitiv besser. Dann gucken wir mal hier bei Stick Belegung. Das ist auch sehr interessant. Habe ich bei mir Standard. Das heißt, mit dem rechten Stick können wir uns jeweils drehen und gucken. Und mit dem linken können wir uns dann zusätzlich zur Seite nach links und rechts, vorwärts und rückwärts bewegen. Ihr könnt das hier ändern, zum Beispiel für Linkshänder. Das hier ist die Alternative. Ich würde euch wirklich raten, belastet es bei Standard. Es ist der einfachste Weg, um den Controller gut zu benutzen. Dann schauen wir hier mal weiter und zwar bei Grafik. Die Helligkeit. Ihr kriegt ja immer den Tipp, dass man die Helligkeit so anpassen soll, dass man dieses Symbol gerade noch sieht. Mein Tipp macht es ein bisschen heller. Der einfache Grund dafür ist, es ist nicht zu hell auf dem Bildschirm und auf dem Monitor, wo auch immer ihr gerade spielt. Aber, jetzt kommt der wichtige Tipp dabei, wenn ihr es etwas heller macht, seht ihr Gegner auch in eher dunkleren Ecken besser. Es macht einen Unterschied, glaubt es mir, versucht es ruhig mal. Hier habe ich auch vollständiger Name. Ich möchte gerne sehen, gegen wen ich da gerade spiele, wenn ich auf jemanden ziele. Ist manchmal hilfreich, wenn man vielleicht weiß, dass der eine Name eine Schrotflinte spielt und man nicht zu nah rangehen möchte. So, und Sicherheitsbereich hier. Macht den, soweit ihr könnt, nach oben und nach unten. Hoppala. So. Macht ihn soweit wie möglich nach oben und nach unten. Folgendes hilft euch nämlich dabei. Ihr seht die Karte ein bisschen besser. Nicht zu weit links oben, sondern die Karte ist, vielleicht jetzt nur 2-3 cm, etwas zentraler zum Bildschirm. Die Minimap, wo ihr sonst Gegner und Freunde und alles seht. Das ist hilfreich, weil eure Augen nicht von der Mitte des Bildschirms zur Seite rüber müssen. Und hier Farbenblindmodus, das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Ich mag die Blauschwäche, einfach nur, weil es cool aussieht. Das macht nichts besser oder einfacher. Ich sehe aber Gegner besser für mich. Ihr könnt hier auch einstellen. Rotschwäche, wenn ihr wollt. Grünschwäche gibt es. Dann seht ihr, Feinde sind jetzt eher etwas orangener, sag ich mal. Aus könnt ihr auch machen. Das ist die Standardeinstellung. Aber wie gesagt, ich bin bei Blauschwäche stecken geblieben. So und jetzt hier der nächste Tipp. Audio. Gesamtlautstärke, die wollt ihr möglichst hoch haben, sodass ihr euer Headset oder euren Bildschirm bzw. Lautsprecher nicht zu hoch drehen müsst. Denn der bessere Sound kommt definitiv, wenn ihr ihn hier hochstellt und dann den Monitor leiser stellen könnt. Bei weiteren Lautstärken solltet ihr vielleicht genau so übernehmen oder es etwas anpassen. Aber ich erkläre euch weshalb. Also Sprachlautstärke ist 10. Wir wollen die Charaktere und Ansage am Spiel hören. Wir wollen wissen, wenn irgendwo eine Drohne ist. Wir wollen wissen, wenn eine Schwebeladung kommt. Und wir wollen die Charaktere auch die Gegner hören. Wenn ihr zum Beispiel eine Granate werft, sagen die gegnerischen Charaktere zum Beispiel Vorsicht Granate. Je nachdem welchen Spezialisten die Gegner spielen. Wenn ihr genau hinhört mit einem Headset. Das muss nicht mal ein teures sein. Es gibt von Turtle Beach sehr gute Headsets für 60 Euro. Darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. Dann hört ihr das. Deshalb wollen wir das hier auf 10 haben. Die Musiklautstärke habe ich auf 0. Der Grund ist relativ einfach. Ich möchte mich beim Spielen konzentrieren können. Und das kann ich nicht, wenn die ganze Zeit irgendeine Musik im Hintergrund läuft. Wenn man natürlich mehr Spaß haben möchte, sollte man sie anstellen. Das ist ein bisschen Unterhaltung. Aber wir wollen eine Nuklear schaffen. Und das ist am einfachsten, wenn uns Musik nicht ablenkt. Die SFX-Lautstärke ist die Lautstärke der Soundeffekte im Spiel. Wie laut eine Granate explodiert. Wie die Fußschritte von jemandem zu hören sind. Das wollen wir dementsprechend extrem laut haben. Denn wir wollen hören, wenn hinter uns jemand läuft. Wenn eine Granate rumrollt. Jemand an der Wand entlang läuft. Oder, oder. Und hier bei Filmlautstärke. Das sind nur die Filmsequenzen. Die könnt ihr gerne machen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie auch ganz ausstellen. Ich mache sie immer auf 6. Das ist am angenehmsten. Das hier sind so für mich die wichtigsten und besten Einstellungen. Und hier könnt ihr auch am meisten wirklich gut machen. Was euch vielleicht sonst an Aim oder Glück oder sonst was im Spiel manchmal fehlt. So, das sind die wichtigsten Einstellungen hierfür. Controller Sound natürlich deaktiviert. Euer Headset ist in der Regel in eurer Playstation. Das ist alles, was ihr braucht. Und hier ist wahrscheinlich die wichtigste Audio-Einstellung, die ihr braucht. Super Crunch ist die mit Abstand beste Einstellung, um gegnerische Fußschritte zu hören. Und um die Sounds wirklich gut wahrzunehmen. Ich glaube, standardmäßig habt ihr Trayage-Mix. Bringt euch nicht so viel. Es ist, ich sage mal, für einen Casual-Player, weil die Granaten noch mal extrem lauter sind und der Sound noch mal aufgepeppt wurde. Bringt euch aber nichts beim, ich sage mal, Sound-Huren. Sprich, beim Hören von gegnerischen Schritten. Wie sie springen, wie sie rufen. Deshalb geht ihr hier weg von Bass. Brauchen wir auch nicht. Höhenverstärkung ist in Ordnung. Ist aber nicht so gut wie Super Crunch. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr haben wollt, Kopfhörer könnt ihr lassen. Das ist wirklich schlecht. Nehmt Höhenverstärkung oder Super Crunch. Probiert beides einmal aus. Ich habe mich hierfür mittlerweile entschieden. Und hier Mehrspieler-Dialog könnt ihr deaktivieren. Das ist der gesprochene Dialog von Mehrspieler-Spezialisten. Ist während des Spiels unwichtig. Könnt ihr also machen, wie ihr wollt. Und die Musik ganz normal, welche Musik ihr hören wollt. Zufall, Dystopia oder im Standard. Ich habe es auf Standard gemacht, weil das ist für mich fast unwichtig. Denn meine Musik ist, wie ihr eben gesehen habt, aus. So, bevor wir mit dem Gameplay jetzt gleich weitermachen. Gehen wir mal einmal eine mögliche Klasse durch, die euch vielleicht hilft. Gerade wenn ihr mehr mit Sound spielen wollt, eine Nuklear zu schaffen. Sagen wir mal, ihr spielt nicht in einer Party. Denn in einer 6er Party mit dauerhaft Hater ist es natürlich einfacher. Ihr spielt alleine. Am besten ist dort dann der Modus. Entweder Team Deathmatch oder Herrschaft. Bei Team Deathmatch sind, ich würde sagen, eher schlechtere Spieler. Dafür habt ihr nicht allzu viel Zeit. Und ihr habt keine Möglichkeit, Punkte für eure Hater und Drohnen zu sammeln. Außer durch Kills. Bei Herrschaft ist der Vorteil, die Runden gehen länger. Ihr könnt mal eine 2er oder 3er Party spielen. Es bleibt genug für jeden übrig. Und durch Flaggeneinnahmen und ein, zwei Tricks, wie sage ich euch gleich, könnt ihr auch da schnell Punkte machen. Wenn ihr jetzt eine Waffe haben wollt, die gut ist, um die Nuklear zu schaffen, kann ich euch 3 empfehlen. Das ist einmal diese hier, die XMC. Wirklich tolle Waffe. Vollautomatische MP, vergrößerte Reichweite und geringerer Rückstoß. Ich möchte euch ehrlich sagen, die beste DLC-Waffe, die wahrscheinlich jemals in irgendeinem Call of Duty rausgegeben wurde. Wenn ihr sie habt, ich zeige euch mal, wie ich sie gerne alleine spiele. Das hier mal alles weg. Ihr wollt nicht von gegnerischen Drohnen erkannt werden. Wenn ihr lauft, euch bewegt, deswegen nehmt ihr Geist als Perk. Dann, ihr braucht Plünderer, denn wir spielen mit C4. Legt die auf eine Flagge, geht irgendwo hin, macht einen Kill und wenn es rot blinkt, drückt ihr schnell Viereck zweimal und schon habt ihr relativ sicher ein oder zwei Kills, 200 Punkte. Wenn diese C4 auf der gegnerischen Flagge in die Luft geht, weil ihr draufgedrückt habt und ihr währenddessen eine andere Flagge einnehmt, kriegt ihr die doppelte Punktzahl. Es sind mal eben 4 oder 600 Punkte. Das ist, wenn ihr mal hochrechnet, ne Drohne und ne Konterdrohne schon. Vielleicht seid ihr schon auf Streak, das ist schnell ein Hater. Nehmt es ruhig mit, wenn Leute sagen, das ist Low. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, spielt doch einfach fest verdrahtet. Das ist das Konterperk. Dadurch wird der Alarm nicht angezeigt bei uns. Aber für euch als Tipp, nehmt es ruhig mit. Dazu wollen wir ja nicht zu laut sein, deswegen nehmen wir Totenstille. Und zusätzlich, weil wir trotzdem gut hören wollen, nehmen wir Wachsamkeit. Das ist natürlich schon wirklich, ich sag mal, wenn ihr ein bisschen auf die Nuklear schwitzen wollt, eine Option. Ich spiele es gerne so, wenn da jemand was gegen hat, ist es in Ordnung, ist mir aber relativ egal. Bei der XM10 nehme ich dann das große Magazin, denn die Nachladezeit hat sich ja verlängert durchs letzte Update. Deshalb brauchen wir nicht das schnelle, sondern das große. Und dazu nehmen wir den Schalldämpfer, denn wir wollen nicht, dass wir irgendwo auf der Karte gesehen werden. Das habt ihr, ihr seht das rechts oben, ein Perk frei. Ihr könnt natürlich das C4 weglassen und alternativ noch das schnelle Magazin reinnehmen. Dann habt ihr beide. Oder ihr macht hier noch fest verdrahtet rein, dass jemand mit C4 oder mit einer Stolperfalle, mit einer Schockladung, mit einem Energiekern, Konterdrohne seid ihr immun gegen. Deswegen, sechster Sinn, passiert euch nichts, aufgespürt, passiert euch nichts, ist eine Option. Die andere ist, ihr nehmt das C4 mit und nehmt euch hier noch die RK5 mit. Es passiert durchaus mal, dass ihr hier keine Munition mehr habt und dadurch, dass ihr die schnell nachladen könnt, ist das hier euer bester, ich sag mal, Schutz. So im Rucksack. Das ist eine schöne Klasse, um ein bisschen zu schwitzen. Genau dasselbe im Prinzip könnt ihr machen mit der Kuda. Ich zeige euch das mal, denn die Kuda hat eigentlich jeder, die gibt es als allererstes. Und hier spielen wir das aber ein bisschen anders. Und zwar wollen wir hier einen Schalldämpfer drauf haben. Das C4 nehmen wir weg. Und dafür machen wir jetzt noch das große Magazin und das schnelle Magazin. Der Grund, weshalb ich die Kuda empfehle, ist, wenn ihr nicht zu viel boostet. Ihr habt nämlich keinen Nachbrenner und keinen Strahldämpfer. Ihr wollt also mehr laufen als boosten und springen. Braucht ihr bei der Kuda definitiv ein schnelles Magazin und die Munition ist schnell leer. Das heißt, ihr braucht auch ein großes Magazin. Das ist eine tolle Klasse, um durch die Map zu rushen. Ihr werdet nicht gesehen, ihr werdet nicht gehört und könnt euch lautlos bewegen. Und ein, zwei Kills machen, um dann am Ende eventuell die 30 Gunstreak zu schaffen. Nuclear, ich erkläre es zur Sicherheit nochmal, auch wenn es wahrscheinlich alle wissen. 30 Kills nur mit eurer Waffe oder eurem Spezialisten oder eurer Ausrüstung. Das heißt, wenn ihr theoretisch 30 Kills mit dem C4 macht, ist es auch eine Nuclear. Und die dritte Waffe, viele von euch werden sie bestimmt mögen, ist die Manowar. Ich finde, die Manowar ist wahrscheinlich das beste Sturmgewehr im Spiel. Hier braucht ihr diese beiden Sachen nicht. Nehmen wir mal raus. Was ihr hier braucht, ist Plünderer. Hier wollt ihr zur Sicherheit Taktikmaske haben, sodass ihr Blendgranaten, Erschütterungsgranaten und Schockladungen lächelnd ins Gesicht gucken könnt. Nachbrenner, denn mit einem Sturmgewehr wollen wir uns doch sehr, sehr viel in der Regel bewegen. Als Sicherheit die RK5. Und hier ist es eure persönliche, ich sage mal Präferierung, Reflex oder LV. Ich kann euch nur empfehlen, probiert beides aus. Ich persönlich habe für mich entdeckt, das Reflex ist angenehmer. Es ist etwas größer als das LV. Und hier dazu nehmen wir Schaft, denn wir wollen, dass wir uns schnell bewegen, wenn wir auch nicht springen, sondern auf dem Boden sind. Dazu wollen wir folgendes haben. Magazinerweiterung. Wenn ihr auch hier das schöne, äh, legendäre nehmen, wenn ihr habt. Und schnell ziehen. Stell ziehen, damit ihr in der Luft, äh, schnell ziehen hilft euch, wenn ihr in der Luft seid und zielt, dann zielt ihr schneller. Flinke Hände, was es hier noch gibt, hilft euch nur, wenn ihr sprintet. Da wir aber viel durch die Gegend springen wollen mit dieser Waffe, lassen wir das. Und alternativ zu schnell ziehen könnt ihr eng wieder Großkaliber. Gebt ihr dem Gegner einen Headshot, braucht ihr nur noch einen Schuss und er stirbt. Oder ihr nehmt das schnelle Magazin, das ihr beide Magazine habt. Es ist sehr, sehr hilfreich auf der Manowar, weil die Magazine sehr schnell leer sind. Und die Nachladezeit ist nicht allzu schnell. Das sind so die drei Klassen, die ich euch definitiv empfehlen kann. Ich sag mal, wenn ihr mit beiden Magazinen spielt hier drauf, könnt ihr die hier weglassen. Und stattdessen das hier einpacken. Auch wieder das gleiche wie bei der XMC und Cuda. Haut es auf eine Flagge, geht auf eine andere, lasst es irgendwo liegen, macht einen Weg dicht, den ihr gerade nicht kontrollieren könnt. Ihr wisst, irgendwo hinter einer Ecke steht einer. Werft es einfach rein, sobald ihr über jemanden lauft, der gestorben ist, nicht durch Sprengstoff, kriegt ihr es sofort auch wieder. So, und jetzt gehen wir mal zum Gameplay rüber. So Leute, dann wollen wir jetzt nochmal zu den letzten zwei Punkten gehen, die wichtig sind. Und zwar ist das zuallererst, was für Punkteserien sollte man mitnehmen. Diese ganzen Dinge hier, ich nehm die mal raus hier. Die Schwebeladung, der Dart, der Cerberus, der Geist, die Raps. Alles, was Kills macht für euch, ist leider nicht hilfreich, wenn ihr Nuklear haben wollt. Ihr müsst die Kills mit eurem Spezialisten, mit einem C4, mit einer Stolperfalle, mit einer Granate oder eurer Waffe machen. Oder euren Fäusten, das geht auch. Das heißt, was ihr wollt, ihr wollt wissen, wo ist welcher Gegner wann. Also nehmt ihr mit als allererstes die Drohne. Jetzt könnte man sagen, wir nehmen noch eine Konterdrohne mit, brauchen wir aber gar nicht, selbst wenn der Gegner eine Drohne hat. Wir spielen mit dem Perk Geist, das heißt feindliche Drohnen sehen uns nicht, solange wir uns bewegen. Das heißt, das überspringen wir. Ihr nehmt jetzt noch den Geist mit. Jetzt sagt ihr, ey, du hast eben gesagt, das hilft mir nicht. Wenn ihr nur den Hater mitnehmt und zum Beispiel den Energiekern. Ihr könnt gar nicht gucken, wie schnell jeder im Gegner-Team einen Raketenwerfer hat und den Hater vom Himmel schießt. Der ist manchmal keine 10 Sekunden oben. Also lassen wir den Energiekern weg und nehmen den Geist mit. Wenn ihr nämlich den Geist rausholt und der vielleicht zwei Kills macht und ihr einen Assist bekommt, habt ihr in der Regel den Hater schon. Und mit dem Hater sind die Gegner so lange beschäftigt, dass der Geist währenddessen Kills macht oder andersrum und ihr die Chance habt, den Hater länger zu nutzen. Das ist wirklich eine gute Taktik und hilft euch. Wenn ihr, ich sag mal, ein etwas besserer Spieler seid, als ich vielleicht eine 1.5 oder 1.6er KD, könnt ihr auch was anderes machen. Ihr nehmt das Geschütz, nehmt den Hater und den Energiekern. Das Geschütz blockt einen Spawn für euch, den ihr nicht mehr kontrollieren müsst eine gewisse Zeit, hilft euch ein bisschen den Rücken freizuhalten. Dann haut ihr den Hater raus. Von Geschütz zum Hater sind es nur 350 Punkte, es sind 3 Kills, 1 Assist. Oder ihr macht 2 Kills auf einer Flagge, dann habt ihr auch 400 Punkte und habt somit den Hater. Ja, und dann kurze Zeit später, 50 Punkte später schon der Energiekern, der alles zerstört, was an feindlichen Streaks unterwegs ist, auch ein Mutterschiff theoretisch. Ihr zerstört einen feindlichen Hater. Die Gegner können ihre Spezialisten nicht einsetzen, die können nicht boosten. Sie sehen nicht, wie viele Munitionen sie haben, sie sehen nicht, wo ihre Teammates sind, sie sehen nicht, wo die Gegner sind. Also der EMP-Kern ist gar nicht so schlecht, ich kann ihn euch nur empfehlen. Das hier ist ein gutes Setup. Was ich gerne spiele, wenn ich nicht rein auf Nuklears gehe, sondern einfach nur auf Gameplays und gucke, was draus wird. Den Geist, den Hater und entweder die Raps, sehr sehr stark oder, weil oftmals die Leute dann quitten, Geist, Hater, Energiekern. Auch das hier könnt ihr spielen, wenn ihr auf eine Nuklear gehen wollt. Fangt eine Runde nur nie damit an, dass ihr nur diese 30er Streak haben wollt. Dann wird es nämlich sehr schwierig, weil ihr verkrampft. So, und jetzt gehen wir nochmal zu den Spezialisten. Jetzt ist es natürlich die Überlegung, was für einen Spezialisten nehmt ihr. Ihr wisst es, mein Lieblingsspezialist ist der Tempest. Ich finde ihn einfach am besten. Ihr habt eine Menge Munition, wenn ihr ihn benutzt. Er kann Killstreaks zerstören, einen Geist zerstörter mit 3 Schuss, einen Rapschiff mit 3 und 4 Schuss. Er springt auf andere Gegner, wenn ihr einen trefft, was auch super ist. Er lädt relativ zügig auf, viel, viel schneller zum Beispiel die Sense. Was für Vorteile hat er noch? Ihr seid beweglicher damit und ihr könnt aus der Hüfte schießen. Wenn ihr jetzt aber, ich sag mal, etwas passiver sein sollt oder wollt, kann ich euch entweder die Kinetikrüstung empfehlen. Gebt euch natürlich 100 Lebenspunkte mehr. Oder, wenn ihr die nicht haben wollt, nehmt ihr Kampffokus. Kampffokus ist auch ein wirklich guter Tipp. Wenn ihr kurz vor dem Hater seid und wisst, irgendwo könnte ein Gegner kommen, aktiviert Kampffokus. Vielleicht habt ihr eine Drohne gerade am Himmel, die gibt euch dann doppelt Assistpunkte und ihr schafft eure Streaks schneller. Alternativ dazu kann man natürlich auch, wir gehen hier mal rüber, die Sense nehmen. Auch ein sehr starker Spezialist, aber ich finde es schwieriger in der Bedienung. Deshalb muss man sich das genau überlegen. Das ist ein sehr starker Spezialist, das ist ein sehr starker Spezialist, das ist ein sehr starker Spezialist. Das ist ein sehr starker Spezialist, das ist ein sehr starker Spezialist.